Die neue Woche hat begonnen und so schlecht sieht es doch gar nicht aus. Zumindest mal, wenn man auf den DAX guckt, hier der Future September Kontrakt, dann sehen wir, dass es eigentlich doch gar nicht so schlecht ist. Das war nochmal das Tief, was wir am Freitag hatten, Freitagmittag ziemlich genau. Wenn wir uns das mal in groß darstellen und dann einfach mit dem Finger mal hinterherzeichnen, dann sehen wir irgendwie sowas, dann sehen wir sowas, dann sehen wir so, dann sehen wir hier irgendwie so eine Seitwärtsphase und nochmal eine Aufwärtsphase. Und manch einer wird sagen, Mensch Rüdiger, ist das nicht so ein Impuls, den du da immer einzeichnest? Wir haben zwei Korrekturen, die sind aber überschneidungsfrei, also die berühren sich nicht. Da ist eine Lücke dazwischen. Also das macht doch einen ganz guten Eindruck. Dann müsste doch eigentlich nach diesem möglichen Impuls als nächstes eine Korrektur kommen. Also irgendwas, was wackelig in die Gegenrichtung, ah, da haben wir doch gerade, das wäre doch gar nicht so schlecht. Als nächstes checken wir immer ganz gerne die Größe, also sprich, wie tief ging das Ganze runter? Dann messen wir vom tiefsten Punkt zum höchsten Punkt und dann sehen wir, eigentlich mag ich es gerne in der blauen Kiste. Das hat was mit Statistik zu tun, denn typischerweise kann man sagen, sobald wir da irgendwo angekommen sind, ist jede tiefer gehende Korrektur nimmt dann ab von der Wahrscheinlichkeit. Also es ist nicht so, dass irgendein Level sich besonders hervortut, im Sinne von da muss er abprallen. Tatsächlich ist so eine FIBO-Marke gar nicht so schlecht geeignet für eine Unterstützung. Und wenn wir die 38er hier haben, dann hier diese Zwischenhochs, die ich hier sogar noch vielleicht fallend gezeichnet habe, dann kann man schon sagen, könnte der da nicht zu Ende gehen mit der Abwärtsbewegung. Ich würde mich da gar nicht wundern, wenn er irgendwo in diesem Umfeld, allerdings zur Not eben auch noch ein bisschen tiefer, vielleicht auch erst noch in diesem Umfeld, dann auf einen Dreh kommt, aber dann haben wir alle Zutaten, die wir brauchen. Wir haben eine relativ starke Richtung, jawohl. Wir haben eine relativ schwache Richtung, yep. Was wir dann noch brauchen ist den Hinweis, jawohl, jetzt wollen wir wirklich drehen. Für viele ist es so ein Zwischenhoch, das ist etwas, was wir immer ganz gerne machen. Also nehmen wir mal an, er dreht jetzt hier oder von mir aus dreht erst hier, wenn er dann das Zwischenhoch, wo auch immer das dann liegt. Im Moment hätten wir hier eins bei 15.845 in etwa. Wenn er das durchstößt, wäre das eigentlich eine Einladung, dass das, was wir vorne haben, da hinten nochmal passiert und da seht ihr, oh, da wäre doch sogar noch ein bisschen Platz. Ja, also insofern, das ist eine Geschichte, die ich mir sehr gut vorstellen kann, die durchaus Spaß machen kann hier auf dem Weg nach oben, wenn der Kurs noch ein bisschen fällt und dann dreht. Das ist ganz wichtig. Ich habe ganz häufig mal eine ganz windschnittige Idee, zumindest halte ich sie dafür. Und dann macht der Markt das nicht, wie ich will. Aber das ist dann nicht ganz so dramatisch, weil nehmen wir mal an, ich denke, der dreht hier. Und dann fällt der Windstein. Und dann werde ich aber auch hier nicht getriggert und bin nicht dabei, während er nicht das nach oben macht. Also ihr seht, lasst euch das irgendwie bestätigen. Ich nehme das gerne mit so einer Trigger-Marke. Das geht natürlich auch auf kleinerer Ebene, dass man dann sagt, ja, aber vielleicht sehe ich es hier auf noch kleinerer Ebene, irgendwie sowas in der Richtung. Falls ihr andere Wendemöglichkeiten seht, also ich weiß, dass viele zum Beispiel auf bestimmte Indikatorenmodelle gucken und sagen, da glaube ich, was draus lesen zu können, kann man auch machen. Bin ich nicht grundsätzlich dagegen, ist bei uns nur etwas unterrepräsentiert. Kann man aber machen, so einen Oszillator. Wenn der in der Nähe einer solchen Marke, die ihr jetzt habt, hier die Fibonacci-Marken, die 38er, wenn ihr sie nicht lesen könnt, liegt gemessen am Future-Markt in etwa bei 15.770, die 50er bei 734 in etwa. Wenn er irgendwo an einer dieser Marken angekommen ist, Trendkanal spielt auch noch eine Rolle, merkt euch das zwischenhoch, wann war das? 18.20 beim Future am Freitagabend beispielsweise. Wenn ihr hier irgendwo in diesen Zonen, ihr habt ja noch so eine Unterseite, auch die hat so eine gewisse Rolle. Also ich finde diese beiden Bereiche, finde ich interessant, spannend. Ich mache nochmal, ich mache nochmal mein ganzes Geklähe raus. Ihr habt ja jetzt, die Herleitung habt ihr verstanden. Jetzt gucken wir nochmal auf die Marken. Also zack, da hoch. Und dann haben wir noch dieses Zwischenhoch als eine gewisse Unterstützung, dieses Zwischentief als eine Zwischenunterstützung. Haben wir nicht an, da guckt noch gerne auf den Trendkanal. Nichts dieser Linien alleine, oder keine dieser, um grammatikalisch richtig zu sein, ist hier alleine dafür verantwortlich, der Kurs dreht. Das ist ja Quatsch. Aber das sind Strohhalme, die man dem Ertrinkendenkurs sozusagen hinhält. Na, 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 wollt ihr nochmal, ihr Bullen? Kauft ihr nochmal? Nö, ja gut, dann nicht. Aber wenn sie an so eine, wenn sie irgendwo zugreifen wollen, dann sehr gerne an so einer Stelle. Denn da sagen viele Charttechniker, naja, da haben wir doch wenigstens ein paar Indizien. Ja, also fast vielleicht sogar der hier noch ein bisschen relevanter, weil wir hier dann irgendwie sogar noch so eine Dreier, ja, manche sagen Kreuzunterstützung dazu, weil hier dann auch nochmal das eben mitkreuzt. Das will ich jetzt nicht überglorifizieren, aber irgendwie sowas in der Art und Weise, das kann ich mir durchaus vorstellen. Den habe ich jetzt sogar noch falsch gezeichnet, wenn wir den vom höchsten Punkt... Ich gucke gerade, ob ich noch irgendwie so ein Indiz kriege. Und ihr habt richtig gehört, ich rede von Indizien, nicht von Beweisen. Na, aber wenn ich jetzt zum Beispiel diese Länge hier nochmal darunter, dann komme ich hier auf die gelbe Marke. Also ich würde mal sagen, ganz grob müsste es hier hinlaufen. Ich sehe aber eine erste Chance hier, aber wegen der Kreuzunterstützung irgendwo hier. Also so zwischen 730 und 740. Das könnt ihr also selber in jedem Chart ganz schnell wiederfinden, wenn ihr das selber sucht. Wenn da irgendwelche Indizien dafür sprechen, dann muss man vielleicht nicht mal warten, bis der Kurs hier durchgeht, sondern kann sagen, hier mache ich mal so einen Early-Bird-Versuch, kann ich da nicht vielleicht reinsteigen in den Markt, wenn er an dieser Marke da ist oder notfalls auch noch an dieser. Ihr seht, das passt noch mit diesen Marken hier, das ist bei 700 dann. Aber wenn er irgendwo in diesem Bereich ist und dann der Indikator auch hier runtergelaufen ist und wieder anfängt zu drehen, der Kurs hier unten ist, vielleicht eine positive Kerze hat oder eben eine Wendekerze, ein Hammer, Bullish in Galfang beispielsweise, Morningstar, was auch immer an Kerzenformationen dann da ist, dann wäre das für mich ein etwas aggressiverer, schneller, früher Einstieg. Dieser schnelle, frühe Einstieg hat nicht die höchste Trefferquote, dass jetzt sicher das kommt. Aber der hat vielleicht keine hohe Trefferquote, aber er hat, wenn ich falsch liege, ungefähr so eine Minusgröße, wenn ich richtig liege, so eine Gewinngröße. Oder noch höher, noch viel höher sogar. Aber wir haben ja gesagt, dass wir eigentlich davon ausgehen, dass es realistisch dann sogar in diese Richtung noch geht. Also ihr seht, das Ding lebt nicht mal so sehr von der Idee, boah, also das kann gar nicht schief gehen, wenn der da unten ist, dreht der 100% sicher dahin. Nee. Aber ihr seht, wie viel mehr ihr gewinnen könnt. Das heißt, Tipp, rechnet mit einer schlechteren Trefferquote hier unten, aber dafür mit einem guten CRV. Tipp, macht einfach eine kleinere Position. Macht einfach nicht dann euren Standardbetrag, sondern macht dann vielleicht die Hälfte oder ein Drittel. Ihr hättet zwar unter Umständen dann zwei- oder dreimal Minus-Trades, wenn ihr es später dreht, kann ja sein, dass ihr an der späteren Stelle das nochmal versucht. Aber ihr habt dann relativ viel Platz ja noch nach oben. Wem das zu komisch ist da an der Stelle, der kann natürlich sagen, dann warte ich halt, bis er hier triggert. Dann habt ihr natürlich ein etwas größeres Risiko, möglicherweise im Verhältnis zu der Gewinnseite. Aber dann wird eure Trefferquote tendenziell deutlich steigen. Und ihr seht, auch das ist immerhin noch ein ganz gutes Verhältnis von der Chance-Risiko-Seite. Also ganz wichtig, es geht nicht darum, das kann gar nicht schief gehen, das ist immer so. Das ist Quatsch. Das ist ganz häufig nicht so. Aber die Gestaltung an solchen typischen Entscheidungsmarken, die lässt sich so vornehmen, dass sie für mich als Händler tendenziell vorteilhaft ist. Und das ist das, was wir Händler tun, vorteilhafte Situationen finden, dann die Gestaltung so machen, dass sie für uns einen zusätzlichen Vorteil eben bieten. In dem Fall dieses Chance-Risiko-Verhältnis. Und dann entweder hier reingehen, das machen wir sehr gerne, wenn sie es hier anbietet und hier vielleicht irgendwie solche Indizien sind, Hammer, Shooting Star wäre falsche Richtung, aber hier ein Hammer oder ein Morning Star oder ein Bullishengalping, irgendwie sowas in die Richtung Wirsing-Pattern, wenn das hier stattfindet, dann kann man hier an der Stelle durchaus schon mal versuchen, komm, dann mache ich mal einen schnellen Versuch. Alternativ, guckt hier unter der Lupe, ob ihr in dem Bereich vielleicht sowas habt, was steil hoch geht, wackele ich runter. Kleinere Zeitebene, das wäre dann hier schon fast eine Minute, aber auch das wäre ein klassischer Wendeanzeige. Und dann könnt ihr das gleiche Bild, was wir im Groß haben, im Kleinen, als kleinen freundlichen Hinweis, komm, versuch's mal, könnte klappen. Aber immer mit der Maßgabe, Prefferquote nicht super hoch, aber eine echte realistische Chance und eine gute Chance-Risiko-Verhältnis. Also gar nicht so schlecht in diesem Bild. Ich muss allerdings vorsichtshalber dazu sagen, das ist eine Momentaufnahme im Fünf-Minuten-Chart. Also für all diejenigen, die jetzt denken, ah, okay, Rüdiger ist ab jetzt bullisch und ab jetzt 20.000 plus X, wenn ich ehrlich bin, noch nicht so richtig. Ich bin eigentlich noch der Meinung, vielleicht ja auch noch mal über diesen Umweg, aber all das, was wir hier haben, das sieht im Moment noch mega korrektiv aus. Ich sehe eine realistische Chance, dass dieser Abverkauf eben da noch mal kommt. Vielleicht mit diesem kleinen Umweg. Also das ist für mich noch nicht die ganz große Bullenliebe. Alles, was ich hier gezeigt habe, ist für die etwas kürzerfristigen, die sagen, oh, weißt du was, heute Nachmittag oder für die nächsten vielen Stunden, vielleicht auch sogar ein, zwei Tage, kann man da doch vielleicht mal eine Long-Position erwägen, wenn diese Bedingungen so eintreten, wie wir sie hier eingezeichnet haben. Aber mir gefällt dieses ganze Gewurschtel, was wir hier haben, seit diesem Tief noch nicht. Das ist noch dreiwellig und das ist eigentlich kein sehr guter Start. Also ich bin eigentlich der Meinung, entweder es geht relativ schnell noch mal runter oder von mir aus macht er auch noch mal den Umweg und geht dann runter. Aber diese Abwärtsbewegung im Folgenden, die würde ich dann schon erwarten. Aber wenn es sich hier ergibt, dann gerne nimmt man hier noch so ein Zwischenlong mit. Das ist dann so ungefähr das, was wir hier gezeichnet haben. Nimmt man so ein Zwischenlong mit und dann geht es halt danach noch mal runter. Dann freuen wir uns später vielleicht sogar noch mal über einen tollen Short-Trade. Der zeichnet sich hier aber aus meiner Sicht noch nicht wirklich ab. Also ganz kurzzeitig jetzt. Ihr seht ja, meine Erwartungshaltung geht sogar noch runter. Aber das habt ihr jetzt gesehen. Das muss ich euch nicht noch mal breit drehen. Das ist beim Index im Groben. Ich wollte es euch nur zeigen. Genau das Gleiche. Ich blende mal den Indikator hier aus. Also wenn ich das angucke, hat man auch beim Index den Eindruck, dass es vorläufig nach oben geht. Aber ihr seht, das war der 5-Minuten-Chart, also für die nächste Nachmittagszeit. Vielleicht noch bis morgen, übermorgen notfalls. Aber ihr seht, insgesamt sind wir eigentlich eher noch auf dieser Abwärtsseite. Nicht zwingend das Bild, was ich hier gezeigt habe. Das ist jetzt ein Szenario nur. Das ist nicht jetzt, dass ich das schon ausrufe. Wir erinnern uns, die 15.100er-Marke, 200er, 100er, alles was oberhalb ist, ist vorläufig erst noch mal bullisch. Aber mit der Erwartungshaltung, dass wir noch mal ein bisschen tiefer gehen. Aber das habe ich die letzten Wochen so häufig erklärt. Das kommt euch wahrscheinlich aus den Ohren raus. So, jetzt kommen wir auf den Dow Jones und der ist spannend. Ich gehe noch mal auf den Future-Preis oder Future-Markt. Das hatten wir uns mal so angedacht hier als Idee. Seht das? Und dieser Sprung hier, den müssen wir uns noch mal angucken. Das hatte ich letzten Freitag kurz erklärt. Das hing mit dem Kontraktwechsel zusammen. Das ist diese Geschichte. Insgesamt ist er, er hat also aber nicht meinen Trigger. Ich hatte ja gesagt, wenn er dieses Tief hier durchstößt, dann ist das ja quasi dieses Tief hier. Einfach nur versetzt um diesen Sprung. Dieser Sprung ist nur wegen des Kontraktwechsels. Wem das jetzt überhaupt nichts sagt und wer sagt, ich verstehe überhaupt nicht, wovon der alte Mann da redet, dann ärgert euch nicht, dann vergesst das im Moment einfach. Dann müsst ihr da jetzt vielleicht ein, zwei Tage auf diesen Index nicht so sehr Wert legen, denn der hat jetzt eben dieses verschobene Bild. Wem das aber schon ein bisschen sagt, also diese Bewegung, die wir hier haben, der Sprung war durch den Kontraktwechsel auf den Dezember-Kontrakt. Und da hatte ich gesagt, wenn er hier unten durchgeht, dann wäre das ein Schock, hat er nicht gemacht. Das ist zum Beispiel so ein Fall. Ich habe eine ganz tolle Idee gehabt, aber auf mich hört ja keiner, der Markt geht halt nach oben weg. Gut, ist nicht schlimm, die Idee ist ja nicht kritisch gewesen. Und wer zwischendurch drauf geguckt hat und gesagt hat, naja, ich will halt steile Bewegungen, eine schwache Bewegung, sagt sich, ja, deine Idee da war ja nett, ist ja nicht passiert, aber da hatten wir vielleicht sogar noch eine Long-Situation. Ja, also ihr seht, das Prinzip ist immer wieder das Gleiche. Und eigentlich hätte ich mir vorstellen können, dass wir hier in dieser Bewegung eben so wackelig hoch und dann nochmal nach unten, aber im Moment ist da noch nichts getriggert. So, und jetzt wechseln wir mal ganz kurz auf den Dow Index, denn der Index hat ja nicht diesen Sprung. Wenn ich mir den Dow Index angucke, dann sieht der tatsächlich in der Abwärtsbewegung relativ steil aus und in der Aufwärtsbewegung immer noch tatsächlich ganz schön korrektiv. Also zur Not hätte man immer noch hier die Abwärtsseite. Wenn ihr jetzt sagt, bei mir ist das auch nicht so, dann handelt ihr möglicherweise ein CFD, bei dem diese Sachen rausgerechnet werden. Die institutionellen Händler und damit der vollständige Markt guckt eigentlich auf das, was ich euch gerade gezeigt habe. Aber viele, die jetzt bei einem CFD-Broker beispielsweise sind, da wird das dann entsprechend rausgerechnet oder die das bei indikativen Kursen dann eben haben. Das sieht einfacher aus. Dann habt ihr es so ungefähr, wie das hier ist. Ja, aber dann ist es ja genau das, was wir die ganze Zeit eben besprechen. In dem Fall die Abwärtsrichtung. Wie kann das sein? Der Dow Jones abwärts, DAX latent aufwärts? Naja, das werden wir dann auch sehen, wer sich von denen durchsetzt. Der Dow ist ja immer noch nicht negativ, solange er nicht hier durchgeht. Ich wollte eigentlich vorhin auf ein Szenario, als ich das Video so halbwegs angefangen habe, da habe ich gedacht, das hier und wenn wackelig hochkommt, klasse für Short. Aber das haben sie uns jetzt schon versaut. Also ihr seht, das ist permanent, dass die mir solche wunderschönen Ideen versauen. Jetzt sind sie wieder steil hoch. Wobei, wenn er jetzt das macht, wäre es immer noch ein Short wert. Also ihr seht, so hangeln wir uns da von Situation zu Situation. Vorsichtig, das ist jetzt der Index. Gehen wir mal auf den Future wieder zurück. Das wäre dann natürlich das entsprechende Bild. Schub in die eine, wackelig in die andere. Das war das, was ich euch hoffentlich zeigen wollte, was hoffentlich passiert. Aber der Saukerl macht es nicht und dementsprechend können wir es halt auch aktuell nicht umsetzen. Sonst hätte ich euch jetzt hier einen ganz schnellen, kurzfristigen Trade noch gezeigt. Merkt euch generell, wenn ihr eine Seite stark habt und die andere Seite im Wesentlichen dreiwellig ist oder mit mehreren Wellen, die sich überschneiden, ist das häufig die falsche Richtung. Und dann geht es eigentlich in die zuletzt starke Richtung nochmal weiter. Also die starke Richtung dann nochmal weiter. Das solltet ihr als grobe Idee einfach im Hinterkopf haben. Das ist nicht zwingend, dass das jedes Mal für einen Trade gut ist, aber dann habt ihr zumindest mal schon einen ersten Richtungsfilter und könnt sagen, ja, dann muss ich ja nicht ausgerechnet den ins Kontor hier fahren. Ich bin noch nicht so 100% überzeugt von der Aufwärtsseite. Allerdings muss ich sagen, im Moment macht er ja nichts Negatives. Die Chance, die ich sehe, ist tatsächlich, dass die Bewegung, die wir jetzt hier haben, vielleicht mit so einer A, B, C beantwortet wird. Und spätestens jetzt solltet ihr sagen, ja, ihr habt es schon mal gesehen. Wenn es so bliebe, wäre es ein Dreiweller. Das heißt, wenn der Kurs hier wirklich anfängt zu drehen, wäre spätestens hier oder so ähnliche Kriterien, wie wir beim DAX angesprochen haben, hier ein möglicher Short für nochmal die Abwärtsrichtung. Denn ich muss sagen, ich bin nach wie vor nicht begeistert von dieser Aufwärtsbewegung und dieser starken Überschneidung. Ich sehe, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten möglicherweise, also ein, zwei Monaten September, vielleicht Oktober noch, dass wir auf jeden Fall eine realistische Abwärtstendenz haben. Rechnet damit. Auch von der Zwischendurch nochmal Zwischenlong. Ja, für die Aktiveren kann man nochmal Zwischenlong machen. Ich würde jetzt noch nicht shorten für die Längerfristigen, aber rechnet damit. Also spätestens, wenn er jetzt das Bild macht und da durchgeht, müsst ihr damit rechnen, dass mindestens das nochmal passiert. Mit Chancen eben, ja, dann sind wir ja noch tiefer, noch mehr in der Überschneidung drin, dass er dann wirklich die 31.000 anspielt, die ich ja immer mal wieder erwähnt habe. Also dieses Bild ist nicht kaputt, das geht auch nicht durch so einen Zwischenlong kaputt. Viele wundern sich immer und sagen, ja, aber gestern hast du noch von Long, heute von Short. Naja, immer auf der jeweiligen Zeitebene, die ich zeige. Ich weiß, viele wünschen sich, nee, 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 nee. Du sagst mir jetzt einfach kaufen und dann kaufe ich jetzt an der Stelle und dann freue ich mich, dass ich dann nach 24 Stunden Gewinn drin habe. Oder, nee, so kurzfristig will ich ja nicht handeln. Also, dass es dann einfach weiterläuft in die Richtung. Ja, aber der Markt macht ja ständig Richtungswechsel. Deshalb gehen wir ja in den Index-Updates am Nachmittag jetzt hier darauf ein immer und gucken, dass wir das kurzzeitige Bild zumindest mal erklären für diejenigen, die auch kurzzeitig handeln wollen und vielleicht ja auch erklären für die Längerfristigen, damit die nicht in Sorge sind. Oh Gott, jetzt sieht es nach Long aus. Ja, ja, vorsichtig. Wir sind hier im Interim-Slong. Also, wenn ich das hier nochmal einzeichnen mag, hier oben nochmal, dann sehen wir, also wir sind schon relativ hoch gelaufen, aber ich sage mal, es wäre ja zur Not auch noch möglich, dass wir eben bis zu dieser 78er laufen. Viel höher finde ich dann immer nicht gut. Also, ich würde mich gar nicht so sehr wundern, wenn der Dow, nochmal, ihr seht das, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt seht. Sonst macht halt die Glotzen, uff. Also, da guckt ihr mal da oben hin, da sind drei Linien. Das ist nicht, dass die magnetisch sind, von wegen, da sind drei Linien, da muss der Kurs hin. Aber ich würde mich jetzt auch nicht dramatisch wundern, wenn der Kurs jetzt so ein Bild macht, damit seine Korrekturgegenbewegung zu dieser Abwärtsbewegung und hier dreht. Das ist noch kein Versprechen, aber eins verspreche ich euch, wenn der Kurs jetzt da hingeht, werde ich genau hier gucken, ob der Kurs da dreht. Ob er dreht, das kann ich euch auch erst später sagen. Aber hier werde ich rechtzeitig gucken, ob der Kurs dreht, ob ich dann vielleicht sogar ein Short machen kann, zum Beispiel wieder mit Hilfe von einem Oszillator, der dann möglicherweise, dann bis er da oben ist, auch wieder da oben ist, wenn der dann anfängt zu drehen, beispielsweise, und so weiter. Ihr seht, das Prinzip ist das gleiche, was wir beim DAX haben, nur vorsichtig, das ist auf Tagesebene. Beim DAX waren wir eben in 5-Minuten-Chart. hier in umgekehrter Reihenfolge oder Richtung. Also nicht, dass ihr euch jetzt wundert, hier Short, ja, das ist auf Tagesebene, das heißt noch 3 Tage hoch oder 4 und danach die Abwärtsbewegung, die ich dann hier erwarte oder zumindest die Möglichkeit sehe realistisch. Ich muss das ganz häufig immer erklären, weil viele das sonst in den falschen Hals kriegen und sagen, du hast auch von Long gesprochen oder von Short. Ja, je nachdem, auf welcher Zeitebene. Ich weiß, ich bin immer sehr hektisch, da muss man immer genau aufpassen, was ich gerade sage, aber hier geht es um den Tagesschart und die Erwartungshaltung. Ich kann mir das durchaus vorstellen, noch ein paar Tage hoch und dann macht er hier den nächsten Schwung nach unten. Ich zumindest bin mit der Long-Seite irgendwie noch nicht glücklich. Und das ist auch beim S&P nicht anders, wenn ich hier im 4-Stunden-Chart gucke, unten links ist 4-Stunden-Chart, das sieht noch mit den starken Rücksetzern sehr korrektiv aus. Ich muss allerdings auch sagen, das sieht als Einzelarm dieses Teilstücks sehr impulsiv aus. Das heißt, korrektive Gegenbewegungen würden mich vorläufig nochmal für Käufe motivieren, die dann allerdings später in der Gefahr sind, an der Stelle wieder und dann wieder runter. Also ihr seht, ich weigere mich noch davon auszugehen, nee, nee, das ist jetzt ein Bullenmarkt. Aber das, also im ganz übergeordneten, ja, ihr erinnert euch, ich habe halt gesagt, geht halt nochmal runter, 4.300, 200, irgendwie sowas in die Richtung. Also im ganz übergeordneten ist es aus meiner Sicht immer noch ein Bullenmarkt. Zumindest, also die Chance dafür besteht noch. Der kann natürlich jetzt schon gedreht haben, also hat ja gedreht, aber kann jetzt auch langfristig gedreht haben. Das ist nicht unmöglich. Aber ein Rücksetzer dieser Art würde immer noch für den übergeordneten Bullenmarkt sehr realistisch möglich sein. Also deshalb bin ich vorläufig noch gar nicht so negativ drauf. Meine Erwartung ist eher, September vielleicht so ein bisschen durchwachsen, vielleicht noch in den Oktober rein. Die Amerikaner finden es auch im Oktober noch manchmal toll, wenn es richtig runter geht. Und dann im November geht es dann mit der Jahresendrallye dann los. Das wäre eigentlich passend. Dann laufen wir Richtung neue Allzeithochs. Aber wie gesagt, da werden wir noch viele, viele Nachmittage haben, über die wir dann reden. Aktuell, wenn ich hier einen 4-Stunden-Chart angucke, natürlich ja auch dieses Sprungproblem, was wir hier haben. Also wenn es sehr wackelig runterkommt, dann wäre das sicherlich hier trotzdem noch eine Möglichkeit, hier für die Longseite anzugucken. Aber das ist eben so die Ungewissheit, die wir jetzt hier haben. Nicht irreführen lassen, dass euer Chart jetzt vielleicht schöner aussieht, weil er diesen Sprung nicht hat. Das höre ich ganz häufig, aber der sieht doch wie schöner aus. Ja, nützt ja nichts. Dann habt ihr halt den schönen Chart und die ganzen Profis sagen, aber es ist ja eine blöde Situation aktuell. Ja, und handeln dann entsprechend gegebenenfalls in die andere Richtung. Aktuell auch hier im 5-Minuten-Chart, 5-Minuten-Chart stark runter, wackelig hoch, wäre ebenfalls nochmal was für so ein Zwischenschort für die nächsten Stunden. Und wir haben ja beim DAX gesehen, ein bisschen runter kann es ja gehen, das würde durchaus hier ja auch passen. also gar nicht so abwegig. NASDAQ ist nahezu das Gleiche. Passen wir die ganzen mal zusammen. Ich würde mich nicht wundern, wenn es in den nächsten mehreren Stunden, also ich kann jetzt nicht, dass er auf jede Stunde dann beziehen, nochmal ein gutes Stück runter geht. Wir haben beim DAX ein sehr schönes Niveau, was das Zielniveau ist für diese Bewegung. Das hatte ich euch ja eingezeichnet. Wenn er dort ist, würde ich ernsthaft gucken, ob wir dort auf eine Unterstützung kommen, die wir für einen Dreh verwenden können. Dann nochmal ein paar Tage hoch. Das würde wunderbar zu dem DAO-Bild passen und auch was wir beim S&P eben gesehen haben. Und dann möglicherweise eine Stufe wieder in einem größeren Zeitrahmen nochmal dann runter, bevor dann irgendwann Ende des Monats oder im nächsten Monat dann die Jahresendrallye. Aber das ist jetzt sehr weit vorausgegriffen. Wir werden das jedes Mal nochmal updaten an den Nachmittagen, damit ihr da eine Idee kriegt, wie wir das zumindest mal sehen, mit dem Versprechen, dass wir nicht immer richtig liegen. Das ist ein blödes Versprechen. Aber dass wir zumindest eine Idee haben, wie wir damit umgehen. In diesem Sinn euch jetzt erstmal alles Gute. Ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.